Stürbjörn der Starke war laut der Isländer-Sagas der Sohn des schwedischen Königs Olof II. Björnsson, nach dem Tod seines Vaters verwehrte ihm dessen Bruder und Mitregent Erik Segarse den Anspruch auf den schwedischen Thron und proklamierte diesen, für seinen ungeborenen Sohn Olofs Kökönung. Zusammenfassung Die folgende Zusammenfassung basiert auf der Stürbjörner Rätas Vierkapa. Stürbjörn war ungewöhnlich groß, stark und unbändig und obgleich er nur ein kleiner Junge war, gelang es ihm einen Höfling zu töten, der ihm versehentlich mit einem Trinkhorn auf die Nase geschlagen hatte. Stürbjörn schmolte lange Zeit, als ihm nach seines Vaters Tod die Mitregentschaft über Schweden von seinem Onkel Erik VIII. verwehrt wurde. Als er 16 Jahre alt war, entschied das Ting, dass er zu ungebärdig sei, den schwedischen Thron zu besteigen. Erik beschloss, seinem eigenen ungeborenen Kind den Thron zu übergeben unter der Bedingung, dass es ein Junge würde. Zum Ausgleich gab ihm sein Onkel 60 gut ausgerüstete Langschiffe, worauf der frustrierte Stürbjörn sich seine Schwester Gürit schnappte und verschwand. In den folgenden Jahren ging er auf die Viking und verwüstete Siedlungen und Städte an den Ufern der Ostsee. Als er 20 war, fand er als Sieg-Krieger Aufnahme in der Jomsburg. Deren Gründer Pelnetog ihn zu einem der militärischen Anführer der Joms-Wikinger auserkor. Während seiner Zeit als Joms-Wikinger wurde er enger Verbündeter des dänischen Königs Harald Blauzern und gab ihm seine Schwester Gürit zur Frau. Stürbjörn wiederum heiratete Haralds Tochter Teire. Nach den nordischen Quellen zu urteilen, rettete Stürbjörn den schwer verwundeten König Harald Blauzern aus der Seeschlacht von Helg Ennis, die um 986 wahrscheinlich bei der Insel Bornholm stattfand und verhalf ihm mit seinem Schiff zur Flucht an Pommensküste, nach Schomsburg oder Jumne. Harald gab Stürbjörn weitere Krieger zur Unterstützung, sodass er sich nun in der Lage sah den schwedischen Thron zurück zu erobern. Stürbjörn segelte mit einer großen Streitmacht, die außer aus seinen Joms-Wikingern noch aus 200 dänische Schiffen bestand. Als sie am Fürisan in Upland anlandeten, ließ Stürbjörn alle seine Schiffe verbrennen um sicherzustellen, dass seine Krieger bis zum Schluss kämpfen würden. Dies war den Dänen scheinbar nicht geheuer und so segelten sie zurück nach Dänemark. Stürbjörn und die Joms-Wikinger zogen also allein gegen Gamla Uppsala. Erik hatte in der Zwischenzeit von der bevorstehenden Invasion erfahren und in alle Richtungen nach Verstärkung ausgesandt. Während der ersten beiden Tage schien die beiden Heere ausgeglichen und weder die Joms-Wikinger noch die Schweden konnten eine Entscheidung herbeiführen. Am Abend des zweiten Tages suchte Erik den Tempel von Uppsala auf und brachte Odin ein Opfer dar. Er schwor seinem Gott, wenn er die Schlacht zu seinen Gunsten entschiede, gehörte sein Leben ihm und er trefe zehn Jahre nach dem heutigen Tage in Valhalla ein. Am dritten Tag schleuderte Erik seine Speer gegen die Feinde und rief, Ich opfere euch alle Odin, Stürbjörn und seine Schwurbrüder blieben fast alle auf dem Schlachtfeld zurück und starben. Zuletzt die militärische Niederlage vor Augen gelang nur einzelnen Gefolgschaftskriegern Stürbjörns, darunter dem isländischen Krieger und Joms-Wikinger Björn Asprensen, die Flucht in einem nahegelegenen Wald und später über See in die Pomaché-Ausgangsbasis Gaujom zurück. Bei allen für und wieder zur Historizität Stürbjörns und der Schlacht bei Alt-Uppsala steht fest, dass diese Schlacht stattgefunden hat, in der die Schweden die Invasoren unter Führung Stürbjörns vernichteten, aber der Zeitpunkt konnte bis heute nicht exakt geklärt werden. Da Harald Blauzahn nach Adam von Bremen Allerheiligen 985 oder 986 auf Pomaché-Boden verstarb, kann Stürbjörn erst kurz nach dem Tode des Dänenkönigs in Schweden eingefallen sein. Sonst hätte er Harald nicht aus der Seeschlacht nach Pommern retten können. An die Schlacht auf Führersville erinnern drei Runensteine, die von Hellestadt und Schörup in Schonen und Högbi in Östergötland. Ihre Inschriften stimmen in etwa mit dem Inhalt der späteren isländischen Sagas überein. Der Runenstein von Hellestadt spricht von einem Wikinger-Krieger-Toke. Er floh nicht bei Uppsala, der von Schörup berichtet über einen anderen namens Asbjörn. Er floh nicht bei Uppsala, sondern er kämpfte, solange er Waffen hatte. Und der schwedische Högbi-Stein überliefert von einem Recken namens Asmund Gallissen. Es fiel beim Führers der mutige Asmund. Torkel ritzte die Runen.